...Latano... ...Veto Suri... ...Latano... Suri hinter dem Tor... ...und die Schussgelegenheit und Tor! Rafael Diaz erhöht auf 2 zu 0! Es ist das Powerplay-Tor, das den EVZ mit zwei Längen wegbringt. Rafael Diaz trifft erstmals in den Playoffs... ...zum sechsten Mal in dieser Saison Gesamthaft. Da hat er den nötigen Platz... ...und dann ist es ein trockener Schuss über die Stockhandseite von Lukas Flörler. Rafael Diaz, der letzte Saison... ...in den Playoffs schon ganz groß aufgespielt hat. ...